Far Cry 4 So spät Aber Ja ich soll zu wenig Streams schauen So ein bisschen mehr Spiel früher anfangen Dann wird es auch was Jetzt mach ich jetzt nochmal das gleiche Spiel Und ich hoffe die Tussi Die macht diesmal Kein so ein scheiß Alarm Wie eben Wo sind die ganzen Menschen Ein Elefant Wieso ist denn der rot Okay Ach sei mal ruhig Wo sind denn die Docks Die Wauzis waren doch eben auch noch da Was hat mich da bloß erwischt Verdammt nochmal Die fahren da immer im Kreis oder Ja Da werde ich mal anfangen Die Leute da wegzuholen Wenn es denn klappen sollte Der ist nämlich auch ein bisschen weit weg Was bewegt das sich Ich könnte vielleicht Gucken ob ich das Gitter da kaputt schießen kann Scheint nicht so zu kaputt zu gehen Scheiße Doch ist kaputt Perfekt So Hast du Habt ihr das gesehen Ganz klein Die haben Ihn eigenen Mann umgefahren Alright Warum kommt der Elefant nicht raus Wo sind die verfluchten Generator Überrascht mich dass du sie nicht hörst Die sind ziemlich laut Ja Ich hätte vielleicht ein bisschen näher ran sollen Oh oh Ah scheiße Okay dann wieder runter Das war ein Kopfschuss Jetzt aber Elefant Ja Okay Jetzt klappt es besser Mist Löst der jetzt Alarm aus Ja Scheiße Muss ich abhauen Weil Jetzt schießt der nämlich mit seinem Geschütz da Mit seinem Kanon Ja genau das Ja Ich kehre wieder zurück ins Missionsgebiet Ist ja gut Schießt der nicht auf mich Hoffentlich nicht Auf mich Es sind zwei Stück Die da warum ballern Gucken ob ich die von hier erwische Und die schießen im Moment Auf die In die falsche Richtung Oder Ja Schießt genau Bleib stehen So Der andere ist hier hinten Mist den sehe ich nicht Ich bin am MG Auch noch Schrotflinde Und Pistole Wo macht denn der Elefant Nix Wo macht denn der Elefant nix So Jetzt ist schön ruhig ne Oh da hinten ist einer Kann das sein Oh oh Schnell weg 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 Entdeckung Entdeckung Schrotflinde Schrotflinde Pistole Entdeckt Scheiße Von wem denn Wo denn Wo bist du denn Ich sehe keine Okay Dahin an dem Wagen Jetzt kommt da wieder Nachschub Glaub ich auch Hast du wie erst mal da hoch zu gehen Sind die alle unten Perfekt Achtung Mein Freund Das ist schon mal ganz cool Das ist die Schrotflinde Dass die Schrotflinde so eine gute Reichweite hat Völlig untypisch Was ist denn das hier eigentlich Gas Was ist das Okay Läuft Ja ich weiß Aber ich glaube ich finde dich auch So Jetzt habe ich dich gefunden Zuerst Aufnehmen Munition Sterbt doch endlich mal Okay Jetzt steht da unten noch einer Ich sagte Tötet den Kerl Okay Perfekt Oh da Da hinten Perfekt Ja rück mal vor Genau Oh oh Jetzt geht der Elefant los oder Unnötig 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 Was Was sagt der zu mir Bist du besoffen Mindestens ein Generator muss intakt bleiben Oh ja habe ich den kaputt gemacht Mist Ich kriege das hin Ey wie viele sind das noch hier Mensch Das hat so gut angefangen Ne Schlechtes Aiming So Ist doch einer ganz oder Wollt ihr bin Ah da unten ist noch einer Okay Viel dürften es nicht mehr sein Doch doch da Noch zwei Bleib mal stehen da Mensch Was Wo denn Boah wie sind denn das da noch Alter Schwede Der Elefant macht nichts Der Elefant macht nichts Ja kletter hoch Irgendwo Oh oh Halt warte So Dürft ihr es aber hoffentlich bald haben Oder Ja von was Oh noch einer Noch mehr Noch mehr Wo ist das jetzt Oh oh Ich gehe zu dem Generator da hinten hin Und schalte ihn einfach ab Wo soll ich denn reingehen Ja ich war ein bisschen ruhig Ich war jetzt ziemlich konzentriert Da vorne ist der Eingang oder Nachladen Na ja Scheiße ein Video Ey was war denn das für ein komisches Video Alles voll Munition Ja Ich glaube ich nehme mal ein bisschen Munition Granatas Ne Oh was ist denn das Hä was geht denn da Versager Was ist denn das Irgendwie ist das Wie ein komischer Traum Oder Finde den Chemiker Der Elefant Irritiert mich ein bisschen Nur ein klein bisschen Ist auch eine Tür noch Guck mal wie die komisch Explodieren Dann sind sie weg Aber das war noch immer nicht der Chemiker Sind das keine reale Menschen Sind das irgendwie Mutanten Ein bisschen schneller nachladen Wäre auch nicht schlecht So und jetzt Ne Natürlich nicht Wo muss ich nur hin Ich glaube ich bin nicht einmal im Kreis gelaufen Oder Also gegen die Schrollflülle kann man echt nichts sagen Gute Reichweite Wenn auch das Aiming passen würde Wäre das echt nicht schlecht Gar nicht lang schnacken Kopf in den Nacken Ja Verlasse das Labor Okay Äh Ausgang Muss ich den ganzen scheiß Weg jetzt wieder hier zurücklaufen Sieht so aus ne Man weiß es mich da Hä Was Hä Verdammt Was ist denn hier los Was Ja Und jetzt Töte Den Chemiker Das ist ja nicht der Chemiker Wo ist denn die abgekackte Tür Da Was Was Wir legen gerade den Sprengstoff Was Entkommen der Explosion Was Was ist denn das für eine Scheiße hier Für ein Psychogramm Wieso mache ich Feuer Und wie komme ich hier raus Wieso habe ich jetzt keine Waffe in der Hand mehr Was ist denn das für eine Scheiße Was ist denn das für eine Scheiße Ausgang Hier ist noch ein Ausgang Scheiße wo bin ich denn jetzt gelandet hier Ist das jetzt real Munition ist voll Oh Oh super Was geht jetzt schon wieder Oh lecky banana 20 Minuten Die reden beide ein bisschen komisch Wer ist denn ein Rebell Oder beides Ja Ich stelle mich hier hin Und ich bedanke mich fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich freuen Wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet Falls ihr es noch nicht getan habt Oder schaut wenigstens ab und zu mal vorbei Freue ich mich genauso drüber In diesem Sinne Gehabt euch wohl Tschüss Bye bye Winke winke Wir sehen uns zur nächsten Runde Far Cry 4 Bye bye Gehabt euch wohl Hier war euer Sunfing Holle